Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Schokoladenfabrik. Da hinten gibt es auch irgendwie noch andere Biome, so wie es aussieht, da müssen wir mal hingehen. Aber vorher muss die Produktion laufen. Dafür haben wir jetzt eine Farm bekommen. Was die kann, schauen wir uns an. Weiß ich nämlich nicht. Äh, sollen wir die vielleicht direkt hier auf das neue System bauen? So. Oh je, es ist wieder quadratisch. Ich sehe schon, komm. Mais. Wofür brauchen wir Mais? Ja gut, für Popcorn, für Floh, ne? Aber, hm. Das ist, glaube ich, nicht die Antwort. Das ist auch eine Antwort, ja. Mais Grieß. Farbfehler. Oh. Loli Waffe. Waffen brauchen wir nicht. Ja, also das... Da würde ich sagen, hier machen wir mal die erste... Die erste Lagerkiste hin, für Schokoziegel, die wir gerade brauchen, weil wir nicht genug haben für die Lagerkiste. Witzig. Hm. Hm. Mir ist noch nicht so ganz klar, äh, worum man das erkennen kann, dass es zu steil ist. Gut, jetzt mit gesundem Menschenverstand ging wahrscheinlich. Aber was willst du machen, ne? So, das haben wir. Dann würde ich sagen, das läuft gerade hier. Und die nächste Forschung, es hat ja was mit Mais zu tun. Mais. Sirup. Gleitschirm. Was? Inventartasche, das ist noch nicht freigeschaltet. Äh. Mais Grieß in Werker 1. Das heißt, wir müssten hier noch einen Werker hinstellen. Dafür war Zuckerkabel. Einige genug von. Ist mir schon aufgefallen. Gehen da nur 35 rein. Das werden ja auch mal aufsplitten, ne? Das wird nur... So ein bisschen beschleunigen. Ich will es auch nicht zu viel Energie verbrauchen, weil wir waren... Vorletzte Folge hat man ja geguckt, aber am Ende bei 1200 haben wir noch einiges dazu gebaut. Äh, nicht, dass das schief geht. So. Keine Schokoplatten. Unsere Hauptbauzutat für Förderbänder. Avantül müssten wir da auch, ähm, eine Kiste hinbauen. So, wieder Mais Grieß. So, dadurch kriegen wir dann... Äh, Mais... Sirup. Aus Mais Grieß in einer Schmälze. Ich hab bei Zuckerwatte-Generator... Ich hätte jetzt so dran gedacht. Ähm. Dass das, ähm... Ein Gerät ist, welches Zuckerwatte herstellt, ne? Sieht mal wieder, wie dumm ich bin, dass es knallt. Okay, wir stellen die Drähte mal selber her. Oder wir stellen die Drähte hier her. Ja. Könnten... Ich wusste gar nicht, dass mir die Förderbänder dann auch beliebig verlegen können. Das ist ja voll cool. Äh. Drat. Oder? Geht. Geht doch gut. Ist immer noch zu schnell? Können wir noch mehr abzwacken, so wie es aussieht, ne? Krass. Ja, müssen wir mal überlegen. Also optimieren kann man noch, aber wir sind jetzt bei der Energie, sind wir bei 1600. Okay, auch das geht noch. So, warum haben wir das gemacht? Klar, wir wollten die Kabel haben. Mhm, mhm, mhm. Und dann wollten wir, mhm, ups, einen Melzer bauen. Und da stellen wir. Aus Mais, Grieß, Mais, Sirup her. So. Was haben wir dann? Äh, Inventartasche, genau. Ist noch nicht freigeschaltet. Verstärkte Schokoplatte. Ach, du lieber Gott. Äh. Also wir müssen ja immer Lollis herstellen. Aus Zucker und Mais, Sirup. Ja gut. Äh. Ich glaube, es geht schon los. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Dass man so total den Halt verliert. Also müsste jetzt hier quasi schon so eine erste Kombinade-Maschine hin. Die, ähm, jo. Einmal das. Und? Und? Zucker. Das Witzige ist, man muss den wirklich nur auf Zucker stellen. Man muss das gar nicht produzieren. Und das so gedacht ist, I don't know. So, jetzt ist er langsam, aber sicher. Müssen wir auch mal ein bisschen chaotisch werden hier, ne? Ja. So, dreimal. Das ist der Zucker. Und dann muss der Zucker in die. Perfekt. Passt doch genau. Und dann haben wir unsere Lolli-Fabrik. Und die hat jetzt schon die nächsten Sachen... Verstärkte... Lolli und Schokoplatte. Oh Gott. Jetzt geht's langsam los. Jetzt wird's langsam kompliziert. Äh, apropos Schokoplatte. Aber warte mal, können wir denn irgendwie... Offensichtlich nicht. Guck, wenn ihr ihn wegkriegt. So, weil... Ich weiß gar nicht, wie viel geht denn hier rein. Und jede Menge viele. Ähm... Ich würde vorschlagen, wir lassen erstmal die Fabrik ein bisschen volllaufen. Und gehen mal gucken, ob wir was unterwegs finden, was spannend sein könnte. Weil dann haben wir so ein bisschen Vorrat, mit dem wir dann weiter arbeiten können. Ich hab da hinten... Das sah mir so aus, als wäre das ein anderes Biom, ne? Kann ich dir auch irren. Ähm... Warte mal, haben wir vorher irgendwas, was uns schneller macht? Gleitschirm. Sprungplattform. Ah, damit kann man wahrscheinlich demnächst dann irgendwie... ...her und her reisen. Gleitschirm. Gleitschirm. Ich will erstmal, dass ich ein bisschen an verschiedenen Sachen Vorräte aufbauen. Wobei, dann sollte ich vorher Lager bauen, ne? Ehrlich gesagt. Wird das auch voll? Machen wir jede Menge Schokoplatten. Dann machen wir mal... Da ins hin. Und da wir jetzt hier separat die Drähte auch herstellen. Ist vielleicht auch die Option, fällen wir gerade ein. Ähm... Das ist so eine Art Zentralsammellager machen, wo alle Sachen dann zusammen sind. So Garderole Oldschool Style. Okay, da ruhen nur noch keine Kiste. Leermachen muss reichen. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung, wollte ich. Oder? Wollte ich in die Richtung? Hab hier einmal geguckt, ne? Ich bin auch schon ganz verwirrt. Ja, ich bin im Moment wirklich ein bisschen verwirrt. Das tut mir sehr leid. Ah, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Gibt ja vielleicht so andere Biome, wo es dann andere Waren gibt. Oh, gibt's... Hier gibt's erstmal nur Wasser. Und Sandburgen. Wir können ja gucken, was es gibt, indem wir einfach den... Ja, das... Das nützt natürlich jetzt nix, weil es nur bekannter Dinge feststellt, ne? Kann ich die irgendwie... Nein? Anderes Gras? Ja, nachem bisschen. Oh... Sch... Ruhig. Äh... Was sind denn das... Oh, was ist das denn? Gelantine? Oh, Goldbeeren! Ein Goldbeeren-Gummibärenbaum. Was ist süß! Also... Ja... Also es fällt mir nicht schwer zu sagen, dass in diesem Spiel alles süß ist. Sind das... Ist das ein Wackelpudding-Gebirge hier? Ein Riesen-Wackelpudding-Gebirge. Mhm. Die sind... Ja, ihr wusstet gerade nicht, was das war, ne? Ob das so Kreaturen sind oder so? Nicht, dass die sich gleich auf einmal bewegen? Nee. Der Marshmallow-Mann, der ist auch da. Hallo! Power-Bombo. Was wohl immer das tut? Uran wahrscheinlich. Ist ein Uran. Äh... Ein Helmbaum. Ich glaub, dem brennt der Helm. Ich geh mal hier über das Gebirge zurück, ja? Oh... Was? Ach, das ist... Was noch fehlt? Sind Dungeons, was ist das? Ein Cookie! Ist das eine Cookie-Quelle? Äh... Ähm... Äh... Ja... Ähm... Okay. Da folgt ein Keks spazieren. Eine Kaktier. Ja... Ja, auf jeden Fall, die gut sind. Und ich habe keine Fragen. Nein? Keine. No, 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 no. Das ist schon cool, oder? Also, ähm... Es ist auf jeden Fall kreativ. Das kann man schon mal sagen. So, was auch kreativ ist, ist die, ähm... Die wunderbare Förderband... Äh... Äh... Da sehen wir wahrscheinlich wirklich nur... Ne? Die freigeschalten, Dinger. Macht ja auch Sinn. Sonst müsste ja keine Meldung kommen, dass wir die gerade freigestellt haben. Und die werden überflüssig. Gut, ja, durch, dass wir jetzt das in den Lagerkissen packen, läuft es natürlich hier weiter. Ähm... Lolli-Waffe. Dann. Verstärkte Schokoplatte. Das heißt, wir brauchen die Lollis und die Schokoplatten. Und die Lollis stellen wir hierher. Genau. Ja, und Schokoplatten kommen von da oben. Ist die Frage, wie kriegen wir sowas hier weg? Das stört ja, ne? Hm. Geht das weg, wenn wir ein Fundament hinbauen? Wenn wir Material fürs Fundament hätten, könnten wir das sogar herausfinden. Wenn wir das Manhattan... Okay, der war... Selbst für mich, äh... Überschaubar. Äh, wird da irgendwas angezeigt? Woll mal. Ne? Inventar, bitte. Hallo. Nur Powerbonbon. Hm. Gucken wir mal. Ja, das geht weg. Ist fast schon ein bisschen schade, aber... Ja, kann man so machen, ne? Macht Sinn. Gut. Dann. Äh, Verkhor. Das gibt's doch alles gar nicht. Hm. Ach, wie süß. Nein. Nein. Also es gibt offensichtlich im Spiel auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ähm. Warum auch nicht? Ach, vielleicht auch ein bisschen eng. Warnung, der Strom reicht nicht für diese Konstruktion. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal eine neue Stromquelle in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.